Hallo, mein Name ist Smit, Doppel S-M-I-Doppel D, und ich bin Gedankenschmied und Mehrzweckkünstler. Heute geht es um den Begriff Hochgeschwindigkeitskunst. Hochgeschwindigkeitskunst ist ohnehin die beste. Da geht es immer schön schnell. Es ist so, wie wenn man auf Flügeln an einem Berg entlang fliegt, oder wenn es einfach ganz schnell geht. Das heißt, es geht schnell und dauert einfach nicht so lange. Das Gute ist, man muss dann auch nicht darüber nachdenken. Im besten Fall erinnert man sich noch nicht mal mehr. Hochgeschwindigkeitskunst ist eine zeitlose Erfindung ohne Sinn, die uns glücklich macht, weil sie ist, was sie ist, oder tut, was sie tut, oder auch nicht tut. Und das macht dann auch nichts mehr. Wenn die Kunst schnell geht, vergeht sie. Wenn die Kunst schnell vergeht, brauchen wir uns auch nicht so sehr nach dem Sinn der Kunst fragen. Wenn die Kunst schnell geht, kann man sie auch nicht mehr so leicht einfangen. Und sie rauscht fröhlich an uns vorbei, fröhlich durch die Zeit, wie die meisten Ereignisse des oberflächlichen Lebens, für das wir uns auf diese Welt entschieden haben. Da braucht man dann auch nicht mehr so sehr nachfragen. Da braucht man nicht überlegen und auch nicht zu tagen. Und das war es auch schon. Schöne Grüße aus Berlin.